Musik Vielen Dank für eure Unterstützung, liebe Löwen-Fans in dieser Saison. Liebe Fans, wie immer, am Ende dieses Jahres ein sehr trauriger Moment. Nichtsdestotrotz wollen wir ihn ein bisschen fröhlich gestalten. Wir verabschieden heute fünf Spieler. Unsere Nummer 77, David, David, Rocco, unsere 23, Bastian, Bastian, unsere 20, Niklas, Niklas. Unsere 18, Beate, Beate, Beate. Beate. Dein Applaus, 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 Beate. Wir fangen heute eine Tradition an, die es in anderen Sportarten schon lange gibt. Und zwar werden wir in Zukunft von verdienten Spielern das Trikot unter das Hallendach hängen. Und der Anfang macht heute die Arte Mühe holen mit der Nummer 18. So, moment. Jetzt kommt der Moment, wo der Piade schon das ganze Spiel davor gezittert hat. Nicht vom letzten sieben Meter, sondern jetzt das Mikrofon zu übernehmen und zu euch noch was zu sagen. Ich habe heute mit einem Freund von mir gesprochen. Und der hat mir erzählt, dass bei jeder Trennung dann kommt auch was Gutes raus. Wenn ich euch anschaue und mein Trikot da oben hängen sehe, weiß ich nicht, ob das stimmt. Applaus Applaus Ich möchte wirklich keine lange Rede halten oder sowas. Aber ich möchte sehr gerne meine Familie bedanken. Vielen, vielen Dank, Charlotte und meine zwei wunderschönen Kinder. Applaus Applaus Und neben euch möchte ich mich sehr herzlich an meine Mitspieler bedanken. Und es war eine Ehre, mit euch zusammenspielen zu dürfen. Applaus Und zum Schluss herzlichen Dank an euch alle. Vielen, vielen Dank. Applaus Bieter Vierdang Gib mir ein H H H Gibt mir ein U U U Gieb... 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 Untertitelung des ZDF, 2020